Ja, ich bin Lokführer geworden. Ich habe eigentlich eine Veränderung gebraucht von meinem alten Job. Ich habe die Berufsmatur gemacht. Und da habe ich gedacht, so, jetzt müssen wir irgendetwas Neues hin. Dann habe ich angefangen zu überlegen. Und mein Vater ist auch Lokführer. Dann habe ich irgendwie die Richtung angefangen zu überlegen. Dann habe ich dann gefragt, ob ich mir ein bisschen erzähle, wie das so ist, wie das läuft und so. Ja, dann musste ich länger zu mir sagen, ich glaube, das ist etwas für mich. So bin ich neregleich zu überlegen.